So was machen wir hier? Wir machen eine kleine Mutprobe sagen wir mal. Wir haben es halb sieben Uhr nachts und halb sieben Uhr morgens und wir haben gerade eben schon jeder einen Oreo zu Mayo gegessen und wir setzen noch einen drauf und hauen da noch Mayo und Ketchup drauf. Das sieht schon schön aus wie es da aus der Tür kommt. Und der Verlierer muss, jetzt kannst du mal Küche zeigen, der Verlierer muss die Küche auf jeden Fall aufräumen und Spürchen ausräumen und so weiter und so fort. Deswegen... Der Kerl macht mir Angst. Ernsthaft, dem schmeckt das. Alter! Das ist wirklich pervers. Alter! Alter! Du schickst das, Alter! Das ist ein Astro, wo es hinterfällt! Alter! Alter! Gehst du weit? Das ist ja auch nicht! Fehl noch drei! Well... Alter... Das sind jetzt eins für alle 6! Er ist. Wer kutzt albo jetzt schon mal? Ich bin in der Raum, bin ich... Willst segnen, wenn ich schon anlasche? Du willst nicht wissen, wie es produziert wird, ja? Ja, ich weiß, ja? Ich will nur noch ein... Ey, du musst noch bleiben! Ja, ne, Moment. Ich zeig gleich wieder welche. So. Oh, lecker! Diggi, schau, du bist super frisst alles und dumm Lott schmeckt's. Oh, Leute. Ey, hau da doch Senf rein! Oh, nein! Nein, ich mag Senf nicht. Ich mag keinen Senf! Ich mag keine Mayonnaise fertiger. Wieso, was... Salami. Alter, mach dich. Wir haben doch eine Packung, wir können doch einen dritten Klöner aufheben, lustig! Ja, genau! Demnächst lass ich Salami drauf. Denn ich weiß, wie ich es nicht verstanden habe Macajente drauf. Ja, ne, morgen um die gleiche Uhrzeit noch mal, aber... anderen Sorten wir haben doch hier noch ein paar Silberzwiebeln ein bisschen Tomaten das ist das ist denn jetzt ist er wenn Is. 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 Aber immer koch. Ist das ein Maio eben? Kohler. Kannst du gleich hoch? Schmeckt's? Schmerz. Okay komm. Nächster. Kat 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 Kat. Is. Is. Boah man Leute! Es? Ey kratz besser Herr Klaus Ist der noch fieser? Ne, der fand ich wirklich besser Der zweite fand ich besser Schmeckt's? Schnucki schmeckt's? Ok du! Da hat man wenigstens den Ketchup rausgeschmeckt und nicht für die Mali Ja, einfach den hier vorne, ja Ich nehm den Zerschuppen Aber Ketchup mit Nutella ist lecker Du kommst jetzt auf Nutella Weiß ich nicht Komm, auf geht's Gut Gut, Nutella Da war's Von dem Weg hab ich Angst Ich will, dass ich noch meine Krachen habe Ah, halt dich nur in der Kamera Ok Ey Alter, der Nachgeschmack ist ja wieder leer Boah Scheiß drauf Es gab Nachgeschmack Alter, Alter Boah Alter, das Das ist ja klar Boah Das ist wohl noch besser Man hat noch keine Kräfte schmecken, ne Ok Let's geht's Boah, kann der hat das uns besser gemacht, ey Boah Boah Alter Also kann man auch essen? Vielleicht hat ich hier mal so gut Alter, was das geht mit einem von Schulzis Ich fand's auch ganz lecker Man hat nur Ketchup geschmeckt und irgendwann kommt der Oreo und die Mayo durch Die Mayo und zum Glück nicht Und der Nachgeschmack geht auch Fick's nicht, Alter, wie verlasst du denn? Der ist nur noch Oreo Schmeckt sie die? Boah, genau Und die verrecken all diesen bisschen Oreo Scheinst du, als ob's dir schmeckt? Ich glaub mit Pfeffer hätten wir das sogar noch geschmeckt, ey Ich glaub nicht Du siehst auch ganz gut aus Du sagst, ich kann dem Scheiß nicht schlucken Du kannst doch kurz alles schlucken Na, alles gut Hedi? So lecker wie's aussieht Wunderschön Boah, Alter macht das Scheiß aus, Alter So, Runde Nummer 3 Die erste Runde habt ihr ja nicht mitbekommen Ey, Alter Ich glaub er verkackt Ich traue deine Fondenspring-Frage Jetzt geht die schon wieder mit Fondenspringen Ich hoffe, du scheiß Alter Ja, noch mehr, was geht mit dir? Mach dich noch mehr raus Bist du Alter Alter Der kriegt Käse Boah, ich kotze ja jetzt schon Ich kotze Hauptsache du Alter Warte mal, da geht noch Käse drauf Nein, Alter Lass den Scheiß Ich hab kein Käse, ich ess kurz Hier, komm, hier Zeig erstmal die Cam hier Ja, noch eine Scheibe so Ja, natürlich Wir müssen leiden Oh Leute, man spielt nicht mit Essen, ganz ehrlich Boah Ich hab auch ein Terner da Boah, ich glaub ich muss kotzen Also Also die Zusammenstellung, die neue Zusammenstellung ist eine Scheibe Salami, dann Rot-Weiß und nochmal eine Scheibe Salami oben drauf Kannst du das mal ein bisschen leise auf Also, also jetzt eine Ketchup, Mayo und Zähna Das ist ungefähr gleich wie Mario, oder? Aufs Klo darf man aber noch gehen Nein! Oh fuck! Nicht bevor du runter geschluckt hast Ja, ich mein jetzt jetzt Weil ich glaub da kommt Hahahaha 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 Alles ist okay Zeig gleich mal einen, bevor du zu musst Den letzten dann Oh, Alter Nein! 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 Also wie gesagt, es geht ums Aufräumen Mal schauen Dann gehör ich Bauchschmerzen Da mich ja alle so begeisterte Aufräumer sind Hahahaha Alter, ich hab mich räumt freiwillig auch, Alter Das geht ja gar nicht Wenn du das machst, bist du mein Held Alter Tu doch noch mehr drauf Hahahaha Hahahaha Scheiße Hahahaha Das ist so... Das hat ich so feierlich sind Hey das Beste ist Hahahaha Oh fuck, okay, das heißt Das ist Deiner Das ist sowas von Deiner Wie kannst du dir nur mal vormerken? Hahahaha Hahahaha Das ist sowas von Deiner Scheiße, Mann Hahahaha 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 Du hast das in der Abi vergessen Oh Scheiße, stimmt Hahahaha 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 Ohne was nachsehen Ja, ohne was nachsehen Das kannst du bei Tuva glaube ich nicht machen Äh, äh, der äh, der äh, der äh Der kotzt ja jetzt schon fast Hahahaha Halt ja mal versuchen Wir ging aber gerade der Magen auch schon ziemlich auf Grundeis Ey, was, was ihr da alle habt? Ja, ich hab nur empfindlichen Magen Ich kann alles wie noch raus, ob dort reinkommt Das ist... Boah Gut, sag mal die Kamerin ein So Ja, ich, äh, hab hier in die Kamera So, gucken wir jetzt gleich mal Schluck Schluck Na komm, auf geht's Rein, Leute Ey, aber je mehr man rauf macht Je weniger anspruchsvoll wird das Weil sich das immer mehr... buffh pollsch Rrrr industries possono ZZ Läsch ruled ann ğer ihre Jetzt muss ich auch noch spüren, aber ganz drittlich noch was zu trinken! Schmeckt's? Jetzt geht's boah! Da haben wir nichts mehr zu trinken! Einen schaff ich noch! Gut, der sieht doch ganz nahrhaft aus! Kalorienarm! Der beißt einzeln ab! Alter! Du bist du eine harte Sau! Alter! Der beißt ab! Ich glaube es nicht! Er beißt da ein bisschen! Alter! Er wurscht aber! Schmeckt? Es ist gar nicht... Je mehr drauf ist... Das schmeckt scheiße! Nein! Schmeckt das nicht scheiße! Du hast du in deiner Liegtung hier! Ich will auch! Komm hier warte mal! Ich will nicht der Letzte sein! Was soll ich? Alter! Ey... Ey, gib hier! Ich hatte gute Hunger! Juki, uns schmeckt das nicht! Da ist alles drauf, was man braucht für den Tag! Ja, echt? So, hier stellt ihr doch ein Kotzgeräusch dazu vor, damit man hier auch bei schönen vielen Fettbellerverhältnissen nimmt! Und am besten riechst du noch mal mit der Nase! Hahahaha! 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 Wie er meditiert! Ich wusste gar nicht, dass sie dieses einzige Gesicht in Formen hat! Das ist doch echt... jemand sieht doch deine Nummer kaputt! Hehehe! Hier heulet einfach! Hahahaha! Denk mir jetzt mal... Du hast den Zahn schon, weil ich da alles hängt! Das ist's mal... Deinen Geschmack noch ein paar Minuten länger als du... hi! Ich will jetzt auch mein Essen. Ja komm her du Trotter. Ich hab Angst vor dem Stotten. Das ist das ekligste. Das will ich nicht. Geht's gut. Geht's auch. Ich hab immer den Bärchen-Sarami verwendet. Alter, da läuft ja schon alles raus. Der letzte Keks. Auf geht's. Oh, ganz freundlich. So, ja hier vor der Kamera. Ja, 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 ja. Also da wir ja alle gegessen haben und keiner aufgibt. Oder gibt irgendjemand vor dem Rennen? Oh Gott. Hör mal auf, wir wollen gleich mit der vierten Runde an. Wo hast du den Push-to-Talk? Push-to-Talk ist auf der Hals, glaube ich. Achso, okay, wenn ich jetzt sterbe, ich hasse euch alle. Gut, auf geht's, komm. Da ist Salami drauf, Mario Ketchup. Und das sieht nahhaft aus. Sehr nahhaft. Rein damit. Alter, ich hab den Scheißgeschmack auch mal noch nicht. Ich hab noch nicht mal nachgespült. Ah, doch, er verzieht das Gesicht. Das erste Mal verzieht das Gesicht. Schlimmer als alle anderen ist das aber auch nicht. Gut, soll man jetzt dann noch irgendwie super... Und die Salami schmeckt beim Traum, ganz ehrlich. Ja, genau. Was will ich rum? Willst du mich schnitzen, bitte gewürzen, bitte? Soll ich Honig drauf machen? Ja. Honig wäre lecker. Honig wäre echt lecker. WTF? Was, das geht bei euch nicht ganz gerade. Diese Mario Ketchup-Kombo geht mir schon... Obwohl Mario Ketchup... Leute, ihr seid echte Pussis. Na, Gott. Okay, last but not least, Runde 4. Jetzt ist es vorbei, glaube ich. Wie gesagt, ich nehme das Ding auseinander. Na, was soll ich denn nicht trinken? Nein, doch. Das Schöne ist, man zieht es nicht. Okay, aber guck mal. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt schon... Curry, nein, Muskat... 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 So, ich bin davon. Jetzt übertreibt es nicht mit den Soßen, jetzt übertreibt es, dass es nicht so viel ist. Ey, das ist der... Der hat keine Hobbys, der Junge. Wenn ihr eine Überraschung macht, darf ich euch dann auch Oreos machen. Oh Gott, das ist wirklich... Das kann man nicht verstehen. Das ist nicht... Doch. Also ich als letzter, das kann ich ja jetzt schon sagen. Was ist denn alles drauf? Wir sind gerade beim Oregano. Wollt ihr nicht den ganzen Schrank mal durch? Ich will nicht. Das reicht. Ey, ich will doch nicht mehr drauf haben. Und dann wird es... Ich schau. Sponchbock. Den zeig ich mal eben. Ich kriege jetzt richtig... Das kommt... Das riech ich mal schnitt. Was habt ihr denn da... Zeig mal. Zeig mal. Mit einem Leicht... Das wird doch immer besser. Das wird immer besser. Ich muss mir nicht so länger anzutrauen. Und dann glaubst du, das andere zusammenschmeckt super, oder was? Das ist ein... Oh Leute. Voll. Das ist ein... Das ist ein... Also wir haben drei Badezimmer. Einer von... Fuck. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist... Gestern. Das ist... Die große... Er hat die geheime Zutat... Was hat man nicht gedacht? Nein. Er hat die... Nein. Er hat die geheime Zutat getragen. Gesehen. Dann hast du da jetzt auch gewagt. Ein Zitronenkonzentrat. Okay. Jetzt gleich sind die alle fertig. Oh ja, ich habe auch so was gemacht. Aber die nächste kann ich doch gleich auf... Auf geht. Danke. Tschüss. Die kann ich doch gleich auf... Also die Kombination Salami, Maio Ketchup, Oregano... Boah, mein Deutsch. Ich muss diesen Shit ausmachen. Oregano. Oregano. Und... Zitronenkonzentrat. Ich versuche... Ich versuche es ohne zu trinken. Komm. Tschüss. Ganz plötzlich. Oh, man kommt so auf. Ich bin dabei nicht drin. Der verteilt sich das alles im Mund und dann... Ja, der Nachgeschmuck muss es bringen. Scheiße. Wir müssen hier gleich stehen. Weg freimachen zum Klo. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es geht jetzt gerade nicht ganz so gut, glaube ich. Bitch. Bitch. Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein, die kann nicht. Okay. Hey. Hey. Komm. Äh. Ich mach den nächsten hier. Okay. Okay. Ich dachte, du noch mal ... Nee, 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 ich mach den nächsten. Auf geht's. Ach. Ich knie mich hier hin. Okay. Das geht nicht mehr. Irgendwie schmeckt das nach Schnitze. Keine Ahnung, ich hab grad irgendein Schnitze-Parinade-Denken. Das schmeckt... Wenn das so ist, dann wird's ja nicht ewig. Ich habe den Sekunden aus diesem Oreos verloren. Alter... Das Oregano ist gut. Ja, das Oregano, warte mal, bis der... Oh Mann, das ist ja voll langweilig, wenn's nicht schlimm ist. Also, wenn's mal holen willst, der schmeckt mir. Irgendwann. Er hat ja gesagt, warte nur, bis der zu Drohens abkommt. Der ist fies. Danke, guck ich nicht. Guck mal, wie's an der Seite schon runterläuft. Ich weiß... Boah. Boah, der Nachgeschmack, okay. Ja, trinken ist nicht so. Okay, Zeige, was was? Komm, komm. Da-da-da-da-da-da-da, zwei, 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 zwei. CELEURAND Aber der Orano start zu sparen ist nicht nur... Ine-Mine-Miste. Ine-Mine-Miste. Ne, denn er gut schreckt, musst du ganz schön weiterkommen und einfach runterschlucken. Ine-Mine-Mine-Mec, und du bist weg. Und du doch den Dess... Sprech! Jetzt will ich mich jetzt wieder abbeißen! Ich will mich wirklich abbeißen! Eine schlechte Idee! Warte, mir am Anfang geht's noch! Das wird erst in der Zeit... Das wird erst in der Zeit schlimm! Ich will doch auf Klo! Nicht deswegen! Alter! Also das pushtet auf jeden Fall ganz gut in meinem Glück! Ja! Das kann ich mir vorstellen! Stimmelst schon! Von Oktavenhörgerutsch! Schmeckt's! Na, sonst... Ich fand den Oregano ziemlich angenehm! Last but not least! Ich mein, die wird so ein bisschen... Die wird ein bisschen anders, aber... Komm, kämpf! Boah! Aber zwei bisschen würde ich mich nicht essen! Das war eine schlechte Idee! Fuck! Er riecht schon so scheiße! Er riecht schon scheiße! Was machst du auch da? Von dem hab ich Angst! Komm, komm! Schluck runter! Ach, schluck das auch! Am besten am ganzen Stück runterschlucken! Ansonsten hast du gar nicht ein Problem! Wie gesagt, der Anfang war in Ordnung bei mir! Was ist denn M-M? 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 M-M ist ein sehr witziger! Da geht's um Masochisten! Ernstes Thema? Interessant verpackt! Ja! Läuft's aber hier auch an der Seite raus! M-M? 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 Juki, jetzt wirst du wirklich widerlich! Ja! Okay!